Lieber Pia, lieber Sebastian, ich bin sehr stolz und glücklich, dass ihr mich gebeten habt, euer Hochzeitsvideo zu drehen. Ich muss sagen, ich war ganz schön überrascht. Es ist ja gerade mal vier Monate her, dass ihr euch, naja, kennengelernt habt. Besonders begeistert waren eure Eltern. Ich freue mich, dass ihr heute hier eingetroffen seid, um die Hochzeit unseres Sohnes zu feiern. Die Hochzeit unseres Sohnes und seiner Pia. Und Fabian war der perfekte Trauzeuge. Die Ringe sind weg. Die Ringe sind weg. Das Trautpaar ist noch nicht eingetroffen, wie ich sehe. Ach komm, sie schauen noch zehn Minuten, Viertelstunde höchstens. Wir haben Öffnungszeiten, die muss man sich halten. Fick dich! Sie müssen das nachsprechen, was ich ihnen sage, nicht einfach weiterreden. Der Pfarrer äußerst beduldig. Und verspreche dich zu lieben und zu ehren, bis das der Tod und Scheid. Okay, der Junggesellenabschied war jetzt nicht jedermanns Sache. Hier sieht's aus wie bei Hangover. Ach, wer bist denn du? Ich bin Jackie, und du? Wer ist denn die Bratte? Ich sollte mal die Kamera aus. Auf keinen Fall. Hast du mir Rüschchen mitgebracht? Und wer hat eigentlich diesen Carlos eingeladen? Was machst du denn hier? Alter Schwede! Das ist die Szene aus Anal-Infernung 4. Mach die Kamera aus, okay? Also wer ist Carlos? Mein Ex-Freund. Soll ich auch ein paar Worte fürs Brautpaar an die Kamera sagen? Nein, nur nicht. Also da sind jetzt schon ein paar Sachen auf dem Film. Kamera aus! Die ich besser löschen sollte. Kamera aus! Findet ihr mich spießig? Ja. Halt mal, mach mal zurück. Ey, ist das ein Dildo? Hast du gesehen, wie unglücklich sie ihn jetzt schon machen? Willst du mit diesen Leuten verwandt sein? Sebastian, mach keinen Scheiß, ja? Wir haben verdammt viel zusammen erlebt. Ich mein, die Schulzeit, die Pubertät, seine erste große Liebe. Wie hieß er nochmal? Ich hoffe ihr kriegt das wieder hin. Ehrlich.